Herr Nechzer, Sie sind ja schon seit längerem in der Schweiz, deswegen denke ich, hat Sie so ein bisschen der Ohrenvirus wahrscheinlich schon vor längerer Zeit befallen. Ist das richtig? Ja, ich bin inzwischen seit 86, also 31 Jahre in der Schweiz. Und ich musste nicht erst in die Schweiz kommen, bevor ich vom Ohrenvirus befallen bin. Es hat vorher persönliche Kontakte gegeben zum CEO von IWC. Ich bin aber ein Mensch, der das schöne Leben sucht hat und lebt. Und da gehören natürlich Uhren dazu und die findet man in besonders schöner Art und Weise hier. Was interessiert Sie besonders an Uhren? Naja, Uhren, die ihre Zweckmäßigkeit haben. Ich bin ein extrem bündlicher Mensch, ich bin sehr zuverlässig. Und da gehört eine gut gehende Uhr dazu. Wenn sie zudem noch schön ist, dann ist das für mich das Non-Plus-Ultra und das finde ich auch hier bei EDIZ. Das heißt, für Sie ist die Uhr nicht nur einfach ein modisches Accessoire, sondern sie ist auch zum Zeitablesen durchaus wichtig. Oh ja, natürlich, ganz wichtig, weil eben, dass meinem Charakter entspricht, tatsächlich aus Respekt den anderen gegenüber Pünktlichkeit zu üben. Und das muss einfach über die Uhr hergestellt werden. Sie haben bestimmt auch schon mal eine Uhrenmanufaktur berichtigt in der Schweiz? Nein, habe ich nur Dokus gesehen, was da hergestellt wird. Und ich nehme mir das immer wieder vor, weil ich finde das derartig faszinierend. Das sind Künstler, diese Menschen. Und den großen Künstler von IWC habe ich bei jeder Veranstaltung hier gesehen und kennengelernt, habe mich ab und zu mit ihm unterhalten. Das ist etwas, was noch fehlt bei mir. Das will ich unbedingt machen, weil ich bewundere Menschen, die nur annähernd so viel können wie die Uhr. Und haben Sie auch vor, die Messe hier zu besuchen? Ja, wir werden natürlich im Rahmen unserer Zeit über die Messe gehen. Das haben wir heute schon getan. Einen Rundgang, einen kleineren Rundgang, morgen, das ist wahrscheinlich nicht möglich, das auszureichen. Gibt es besondere Funktionen, die für Sie wichtig sind bei einer Uhr? Chronograph zum Beispiel oder eine Taucher oder sowas? Nein, ich bin kein Taucher. Das sind Dinge, die ich nicht nutzen muss, die ich nutzen kann. Das wäre überdimensioniert für mich. Für mich steht die Funktionalität im Fokus. Und vor allen Dingen auch, dass mein ästhetisches Empfinden befriedigt wird. Das ist etwas, was für mich erfolgt. Noch eine andere Frage zum Schluss. Haben Sie einen Tipp, wer Weltmeister wird dieses Jahr? Jo, das ist immer so eine Frage. Aber man kann ruhigen Gewissens wieder die Deutschen nennen. Die haben in den letzten Jahren so viel großartige Arbeit geleistet. Sie haben, was ich auch am Anfang meiner Tätigkeit im Fernsehen bemängelt habe, dass der Kader nicht groß genug ist. Inzwischen haben Sie zwei funktionsfähige Mannschaften, die man ohne Bedenken aufstellen kann. Und sie gehören immer noch zu den Fabriken. Also die muss man ganz an erster Stelle schon nennen. Vielen Dank, Herr Netzer. Schönen Abend.